Bleib mal hier hinten. Where are you from? In Uzbekistan. Wir befreien euch gerade, ist euch klar, oder? Hier sind die Guten. Also ich auf jeden Fall, ich kann nur für mich sprechen. Die sind so... Warum seid ihr so friendly? Ja wie, wir befreien die doch gerade? Guck dir eingesperrt. Soll ich noch kurz vollheilen. Na gut, drei Stück sollte machbar sein. Eigentlich schon. War jetzt angreifen, oder? Ja, wie war jetzt angreifen? Wird sie leben lassen und durchgehen, oder was? Na klar. Ja, wir machen jetzt eine WG mit denen auf. Wir sind friendly. Ja. Wir hätten uns bei Facebook und so'n Scheiß. Ne Molli. Glauben wir jetzt alle dreimal anzünden, ja. Ja. Ernsthaft? Was? Wohin fliegt der denn? Wohin fliegt der denn? Was? Ich hatte auch noch mal an den Teil gepfeffert. Ja, aber die sind weg. Was? Die haben sich weg, der deportiert. Cheater, ey. Weil es war nicht echt friendly. Ja, ja. Ich wollte gerade sagen, ey. Warum geht denn das Tor hier zu? Aber es ging ganz auf. Servus. Die haben bestimmt noch. Einzelne Freunde. Ist mir egal, ob er was gemacht hat. Steht mir einfach im Weg. Ah, hier sind die Toten, ja. Ja, hier sind sie dran. Es tut uns leid, er war's. Noch einen. Hallo? Ich schmeiß mal so'n Leuchtfackel. Naja, wollte ich auch was machen. Do it. Jetzt hab ich auch ein Wunder. Ich hab da so ne Vermutung, ey. Ist das Wasser? Ja, ne? Ja. Bitte nicht schritten. Oh, hier sind Fallen. Rechts von uns. Tripwire, oder? Ja. Oder ist das nur das Seil? Achso, ne. Das ist ein Seil nach unten. Aha. Ach komm. Ich geh mal den offensichtlichen nicht. Hm. Die Augen von Redek. Ja. Hallo, Spielzeug ist zusammen, oder was? Ne, ein Bein fehlt noch. Mhm. Wo ist das denn das Bein? Oh ja, ein Bein fehlt noch. Ich weiß nicht, was da ist, wenn man das Seil da runter geht. Ich weiß auch nicht, was das im Wasser sein soll. Stoffen, oder das? Ich denk mal, dass das Stoff ist. Keine Ahnung, warum erst einmal das Seil runter, ey. Nicht, dass wir da irgendwas liegen lassen. Wie können wir machen? Ich dachte ja, das macht ja mal einer von euch, aber... Boah, ich Snafu. Du musst... Du musst dich runterfallen. Ja, du musst dich an mir vorbei quetschen, ne? Was stimmt dir mit mir nicht? Hä, an dir vorbei? Ich war vor dir. Ja, genau. Die ganze Zeit über. Natürlich. Ja, laut meiner Anzeige ja. Ja, in Berlin. Ist anderes Bild, ich weiß. Hm. Denke mal, hier brauchst du die Taucherausrüstung. Ähm. Warum taucht der nicht auf? So, jetzt aber. Was ist denn was? Ich bin ungefähr zwei Meter nach unten geschwommen und reiß ich wieder nach oben. Ganz komisch. Frieren tut er. Nein, hier ist aber nichts. Okay. Also ich sehe jetzt immer nichts. Cooler Film übrigens, ne? Ich hab's nicht so mit Filmen. Ich hab's nicht so mit Filmen. Ich hab's nicht so mit Filmen. Das Wasser ist kalt. Ein bisschen. Ist Feuerzeuggas alle oder was? Vielleicht Blut sein. Ja, kann auch sein. Komisch auf jeden Fall. Ein paar Bärchen. In Ehren. Ach komm, ich glaub es ist immer wieder Zeit für ein bisschen Mucke, oder? Ja. Ja, bei mir funktioniert der nur irgendwie nicht. To-Do-Liste. To-Do-Liste. Was soll ich denn hier tun? Ich wusste überhaupt die To-Do-Liste. Na ja, guck mal. So meiner sagen, wir haben heute nichts geleistet, hier ist Story schon fünf Punkte abgehakt. Kraterhöhle. Kraterhöhle. Da ist doch der Riesendinge noch nicht. Wasserfallhöhle. Wie sieht eure geistige Gesundheit aus? 110 Prozent. 92. Ich hab 98. 110 Prozent. Ich hab auch irgendwie alle Punkte frei da auf meiner Map, aber nix abgehakt. Aber Pitch Black war ja auch nicht schlecht, aber Riedek war natürlich schon so, also wenn man auf das genere steht, schon der Megafilm schlechthin, oder? So groß wie die Tore sind, kommt er bestimmt gerne noch irgendwas rausgeschossen, oder? Wo war das denn? Ich hab nix mehr zum Aufliegen. Ach, das ist der Krater, ne? Wir haben doch noch die Kraterhöhle. Das ist der Krater, ja. Dann gib mal mir ne Bandana. Servus! Drei gegen drei, easy peasy, Alter. Ich nehm den rechten. Okay, ich nehm den, der auf mich zukommt. Ich glaub, die suchen sich einen selbst aus. Zwei bei mir. Der dritte? Das ist der dritte. Ich hab einen dabei. Einer ist da auf. Einer ist da auf. Einer ist da auf. Zagos macht sich Gulasch. das ist doch nicht alles gewesen okay jetzt weiß ich wenigstens dass man hier nicht runter springen sollte und mich schrauber und muss die klaus da hinten ja jetzt ist er wieder verschwunden da jetzt ist er wieder da als diese anzeige das ist ein mutierter galoppelhahn wer hat denn noch was zum sprengen keiner was ich müsste einmal kurz zurück gehen um das auszurüsten und er eskaliert ja gerade ganz gut ich kann noch ein paar brandpfeile machen wer denn hab ich hier meinen recorder drangeheftet oder das nächste dinge am arsch jetzt könnte ich nur noch mit mollys werfen das mal damit freile machen was geht besser glaube ich dass er hier rein rennt das tor ok 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 ist ja gut ich hab's doch nur versucht ich hab halt keine brandpfeile ja ist gut ich mach das schon kommt echt nicht hier rein oder was? ne jetzt ist er tot ja easy peasy alter direkt einmal medizin futtern hier hab ich alle verballert wow drei killer rüstungen ich könnte dir hier von meinem grün-orangenen gemüse was abgeben ich hab noch vier mal heilung achja dann hab ich auch noch hab ich selber hab ich alles alles gut ja pack den tennischleger aus servus was geht bei euch? was? ihr seid aber ganz schön aggro drauf na 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 kollegen ich bin schon wieder fast down muss mal eben warten einer ist down einer ist down einer ist down das hört sich aber so an hallo echo hallo otto das war nur das echo von denen so was gibt's hier im hedi so was muss doch hier abgehen kann man wegfliegen ah hier ist ein körperchen können wir escapen da können wir unsere klamotten wechseln und ich sagte zu Maiko noch es gibt keinen minicopter mit dem man abstürzen kann Karma so viel dazu ach hier ist die machete hier hier an der Tür ach du äh wieso ich soll noch schneller wie es kantana reingepackt ja ich fliege wieder raus fliege ich mal los, wa? ja jetzt mal ohne Scheiß nein ich bin durch das Blech hier am Rotor gebackt aha ich halte mich mal fern vom Blech vom Rotor warte mal ich war da auch gerade dreimal oben also mir ist da nichts passiert ich bin ja nicht mal oben gewesen ich war ja nur da hier beim Rotor daneben ja bist du reingezogen worden tja soll ich dir den Gnadenschuss geben ich mein ich mein der Weg geht schnell vom Flugzeug zum Krater ist nicht weit dann springst du einfach runter ja das ist ja kein Problem jetzt mal ohne Mist ey das ist mir schon mal passiert ich weiß gar nicht wo war denn das? das war glaube ich einmal am Flugzeug was ist das für ein Bullshit? naja ich würde ansonsten wirklich versuchen zu disconnecten oder? wo habe ich denn zuletzt gespeichert? das ist die Frage in der Base oder? nee oder? nee sonst springen rum ob du dich wieder rauspacken kannst alles gefixt gar kein Problem wir können ja oder bau mal ein Campfire oder sowas irgendwas was du da drinnen vielleicht bauen kannst wo du drauf springen kannst oder 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 ein Safe Punkt wo man Jackhammer eben dann bau ich irgendwie ab ey wir können die Kettensäge schließen geht mal Snafu geh mal eben Baumstämme holen dann baue ich mir hier eine Treppe hin ey die ist aber noch ein Muschi ich glaube nee so ein Hightech speedy und so das ja mir kann er ja nichts so ein dicker ja dann zieh mal die Agro hallo ich bin hier drüben ja warst doch fast draußen hallo bitte gerne mal hier hoch irgendwo ja jetzt bist du doch draußen raus das ist ja jetzt guck mal die Dicke weg von dem Helikopter da ist er schon servus gehen mal hier hoch ich komm auch mal lieber dahin er säuft jetzt im Wasser ah schade iiii guck mal das sieht aus wie ein Arschloch guck mal das ist ein fetter Arsch ohne Arme ups weg ist er der säuft doch der stirbt durchs Wasser ey es ist einfach ich hab den Brandfall nur angemacht weißt du da hinten ist aber noch eine ja ich weiß geil gehen wir nochmal näher ran servus ja beim Bara läuft heute das ist halt wenn man so wenn man so Buguser ich weiß nicht wenn man das ausprobieren muss ja ja genau ich hab ausprobiert ob ich näher an den Helikopter kann aha ne mein Karma das Karma ist im Arschloch gestern ja wahrscheinlich hast du mich da noch reingeschubst ey damit mir das passiert ja na klar hast ja gesehen ich brauche nur noch den Pfeil ausrüsten dann fallen die schon tot um ja ich hab einfach äh die Macht ist stark in mir heute aha ja das Wasser sieht aus als wenn da eine Höhle wehung wird und hier aus alter wenn der jetzt noch getroffen hätte wa dann wär ich aber richtig abgegangen ha 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 da kann er noch zwei Pfeile oh ey Wahnsinn der trifft der trifft und was Leute was ist los hä ja der ist nicht tot ne aber aber easy peasy getroffen ne ich sehe ihn halt nicht ach dann treff mal da bleiben da stehen die Sau ja zu kurz AAAAAA geht ein Schritt nach vorne ja ich geh da mal näher ran das ist ja schau dass man hier nicht hochkommt Problem ist er ist halt super schnell der Dicke ne ich mein ich bin aber der Meinung der macht dir nicht viel Damage ja na klar mhm der äh römmelt dich heute nicht weg hört sich doof an ist aber so oh auf jeden Fall Bertha wenn er nach vorne kommen würde könnte ich ihn anzünden ich hab noch mollys ist aber noch irgendwo was mhm ob ich ihn kriege oder ins Wasser locken ich versuch's mal was hast du der brennt doch die ganze Zeit dass die noch brennen ja ja da kann der auch schon aber der macht ja keinen Schaden ich hab ihn nicht das Wann als es ankam äh komm zu glück nicht da drüber die no wechsel aufs Bandana alter alter ach ich brenne ja ja klar aber ich weiß nicht wer den angeschmissen hat ja ach du war ich gerade so der verkehrte was ich wusste ja nicht dass er so einen Move hinlegt ey der ist in dem momentan aber den kannst du ja doch im Nahkampf machen hier brauchst du gar nicht anzünden der tritt sorry ey aber das ist doch so geil aus ich weiß es nicht ey der tritt der einmal um sich wieso kriege ich eigentlich immer nur die Armrüstung von den Viechern weiß ich auch nicht ob ich sonst immer gekriegt so nicht ob das auch wieder das irgendeine Rolle spielt ne das glaube ich nicht aber wenn man sie irgendwann mal voll hat sie ist da halt aus wie Mutant denke ich mal aber ja so blut trüppel schweinchen lauf los ich finde einen kleinen Kieselstein nicht da ist dann noch was drei kannibalen und ein so was Mutant das Narku hier liegt noch einmal Rüstung ach ja da ist dann natürlich dran vorbei gerannt da muss ja der erste sein ja könnte ja irgendwas alleiniges Loot geben das geile ist ich habe jetzt dreimal Mutanten Armrüstung gekriegt ich habe nur zwei Arme aber das ist denen wohl egal ich habe viermal Armrüstung bekommen ob man da drauf kann auf diesen Vorsprung ich will da jetzt nicht vorsmashen doch doch hier oben kannst du auch ach Junge ernsthaft jetzt fände ich den anderen an den anderen an ja der Dicke wird eh hart werden der kommt aber schon aber kommt der hier hoch? mit Sicherheit zur Not zurück bis zum Tor raut ab ach diese diese Ach Ränder auf vier Beine wie hast du ja gehen wir es ja mit Cantana jetzt platt ja ist doch nicht das Problem können sie natürlich auch auch ins Wasser locken ne 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 sollte er ja ertrinken ja jetzt halt gerne die Rüstung die kriegst du doch glaube ich nicht immer ne wenn die ertrinken ne ne wenn sie ertrinken nicht ja dann mach ihn gerne platt ne ja da kommt er dran ne 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 Ich krieg ihn eh, aber er füllt es halt nicht aus. Ist nur für den Pfeil. Egal, ob es doch tot. Ja, das stimmt schon. Mal eben Teilung rein. 43. Ist eh gleich Ende. Jep. Also Attacke. Müssen wir uns hier einen kleinen Shelter bauen. Wird ja eh dunkel. Hier hinten kündelt nur einer rum. Im Wasser. Einer down. Meiner ist auch down. Wo ist der dort? Der steht hier im Wasser. Boah, die Satellen. Die Schläger. Super, ich kann es ja nicht schlagen. Nee. Lass ihn da stehen. Ach, lass ihn da stehen. Ich bin da festgepackt. Lass ihn da backen. Yeah, was ist das? Leuchtfackeln. Yeah. Ich dachte, wir würden... Du sollst auf die Kiste ohne. Trinken. Ja, hau richtig auf die Tasten. Mach, ich keine Sorge. Ja, ging ja nur darum, dass sie gleich dann eben schnell speichern können einmal. Dann hoffe ich nur, dass die nicht direkt wieder spawnen. Gehen wir ins Wasser rein, ja, saufen sie alle ab. Ist doch kein Problem. Nee, wir müssen den ganzen Weg dann wieder hierher. Weil wir wahrscheinlich wieder unterwegs oder so. Aber wenn das denn? Wenn wir hier speichern, dann kommen wir auch hier. Habe ich jetzt echt irgendwas übersehen? Das kann doch nicht alles gewesen sein. Schäden. 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 Hier ist wieder Platz für Schäden. Wenn wir sehen, was passiert. Ja, nix hier. Ja, nicht. Dann können wir lieber nächstes Mal da nochmal gucken. Dann speichere ich mal. Zack. Ready. Vielen Dank.